Blutsbande. Bevor Clive und Jill den zweiten Mutterkristall zerstören können, müssen sie einen Weg finden, ins eiserne Königreich zu gelangen. Clive vermutet, sein Onkel im Port Isolde könnte ihnen dabei helfen. Doch dafür müssen die beiden es erst einmal schaffen, zu ihm zu gelangen. Ah, Clive! Hab ich dein Lächeln vermisst! Was hast du erfahren? Wie, nicht mal ein nettes Wörtchen für deinen Gav? Mittlerweile solltest du ihn kennen. Raue Schale, weicher Kern! Nun setz dich, du Esel! Also, das Kaiserreich ist doch nach dem Erlöschen von Drachenkopf sofort im Dominium eingefallen. Und alle anderen Länder haben sich in den Arsch gebissen, weil sie nicht zuerst auf die Idee gekommen sind. Ein halbes Jahrhundert Unabhängigkeit und dieser Verrückte schnippt einmal mit den Fingern. Bei der Menge an Kristallen und Land ist wohl selbst seiner Heiligkeit das Wasser im Mund zusammengelaufen. Jedenfalls hat die Republik endlich beschlossen, selbst aktiv zu werden und unter dem Vorwand der Befreiung sein Breck den Krieg erklärt. Jetzt belagern sie das Kristalldominium, um die Kaiserlichen auszuhungern und zur Kapitulation zu zwingen. Und nun schauen alle auf die Straße von Uta. Die einen kämpfen bis aufs Messer, während die anderen es wetzen, um den geschwächten Sieger zu stürzen. Wir nehmen uns die Mutterkristalle vor. Vier Mutterkristalle sind noch übrig. Drachenhauch auf Eisenholm. Drachenfang in Dalmekia. Drachengrat in Valut. Und Drachenschweif hier im Kristalldominium. Der Großteil der Dalmekischen Armee wird schon nach Dichasia marschiert sein. Das heißt, wir knüpfen uns Drachenfang vor? Genau damit wird Hugo Kupka rechnen. Wenn uns die letzten fünf Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass er gerne Fallen stellt. An einem Ort jedoch wird uns absolut niemand erwarten. Drachenhauch. Dazu müssten wir aber übers Meer und ich war nie ein besonders guter Schwimmer. Ich kenne jemanden in Port Isolde, der uns helfen könnte. Und was wäre? Mein Onkel. Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield, der sieben hohen Häuser? Der stinkreiche Kaufmann mit den zig Besitzungen? Moment. Rossfield. Du bist ein Rossfield, natürlich. Sein Name hat ihm sicher Türen geöffnet, doch sein Schafssinn verhalf ihn zum Reichtum. Und zu einer ansehnlichen Flotte. Das klingt nach einem Plan. Worauf warten wir dann noch? So, wir machen uns auf den Weg nach Ember. Dazu folgen wir einfach mal dem Weg hier. Oh, da haben wir sogar ein paar Chocobus. Sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir Hilfe von unserem Onkel erwarten können. Oder auch relativ zügig sogar bekommen. Und was wir vor allem dafür tun müssen. Weil das spielt ja in letzter Zeit auch eine sehr große Rolle. Die treten das Gesetz mit den Füßen. Unter Lord Erwin hätte es sowas nicht gegeben. Sei still! Willst du uns alle umbringen? Tja, sieh mal. Rosaria wird von widerwärtigem Ungeziefer verdreckt. Und damit es einen neuen Morgen erleben kann, muss es gesäubert werden. Es wäre ein Jammer, wenn der Ungehorsam weniger uns dazu zwingen würde, an euch allen ein Exempel zu statuieren. Natürlich, mein Herr. Wir stehen voll und ganz hinter euch. Was haben die Schwarzschild in so einem kleinen Dorf verloren? Wo sollten sich hier Träger verstecken? Vielleicht suchen sie jemand anders. Wenn sie das nächste Mal kommen, sei einfach still oder legst du es auf ein geilgenden Tänzchen an. Entschuldigung. Was war das gerade für ein Aufruhr? Noch nicht gehört? Irgendjemand macht hier Ärger. Angriffe auf die Garnison. Proviant verschwindet. Angeblich wurde auch ein Schwarzschild ermordet. Die Kaiserlichen wollen antworten. Und was die wollen, kriegen sie auch. Das ist wohl wahr. Haltet die Ohren offen. Wer hilft, diese Verräter zu finden, wird von den Schwarzschilden gut belohnt. Naja, das glaube ich aber weniger. Man muss schon dumm wie Stroh sein, um sich mit dem Kaiserreich anzulegen. Mit ihren hundert Legionen. Hundert? Woll eher tausend. Okay, wo finden wir den nächsten Hinweis? Oben scheinbar nicht. Ah, wir müssen weiter untersuchen. Spiel, das weiß ich auch. So, mit wem können wir denn noch sprechen? Ah, da ist doch jemand. Was hast du denn zu sagen? Du hast sie gesehen, oder? Wen meinst du? Die Schwarzschilde. Bei uns. Hast du sie gesehen? Glaub jedenfalls, das waren welche. Hab ja bis jetzt noch nie welche gesehen. Also war es das erste Mal, dass sie hier waren? Natürlich. Hier sind wir doch am Arsch der Welt. Und die dachten, wir würden hier Verräter verstecken. Tja. Ach, schön wär's. Die würde ich ausliefern und selbst ein Schwarzschild werden. Meinst du etwa diese Verräter, nach denen sie suchen, könnten wir sein? Wahrscheinlich schon. Finden wir es heraus. Hey, nur wie finden wir das heraus? Wer hat denn noch was zu sagen? Von euch scheinbar niemand. Da ist noch jemand. Was sagst du denn zu der Sache? Hallo, mein Freund. Wir sind fremd hier. Ach nee. Was wollt ihr? Wir fragen uns nur, was wohl diese Soldaten vorhin hier gewollt haben. Diesen Fremden sagst du kein Wort, klar? Ich spreche für dieses Dorf. Ihr habt hier nichts verloren. Verlasst Amber und kommt nie wieder. Und wieso, wenn ich fragen darf? Ich weiß nicht, wer ihr seid und was ihr wollt. Ich weiß nur, dass ihr uns alle in Gefahr bringt. Die Kaiserlichen meinen es ernst. Sie verlangen viel und sie sind grausam. Aber solange wir gehorchen und Abgaben zahlen, lassen sie uns in Ruhe. Das mag feige klingen. Aber wenn es mein Dorf vor Annabellas Zorn bewahrt, will ich mich unterwerfen. Ich schwöre, dass wir nicht enden werden wie Eastpool. Wir sind ja schon weg. Die Menschen hier leben in ständiger Angst. Und sie glauben, dass meine Mutter sie verschont wird, wenn sie sich ihrem Willen beugen. Aus Angst geschmiedete Fesseln. Was ist los? Ach, ich... Es ist nichts. Wir wissen immer noch nicht, wen die Schwarzschilde suchen. Nun, wer es auch ist, stellt offensichtlich eine Bedrohung für das Kaiserreich dar. Doch wer außer Martha hätte sonst noch den Mut, sich Sandbrek entgegenzustellen? Neue Verbündete brauchen wir immer. Darum hoffe ich, dass wir sie zuerst finden. Vielleicht erfahren wir im nächsten Dorf etwas mehr. Vielleicht. Okay, weiter geht's nach Portisolde. Ja, das war ja jetzt nicht so informationsreich. Und auch direkt zu wem oder was auch immer dort auf der Lauer liegt. Ja, vielleicht haben wir ja hier noch ein paar Spielgefährten. Oh ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann hau mal raus, Glyph. Super tolle Vermutung. Mega gut. Ob der Glyph hat irgendwie gar keine Ahnung. Nein, seine, ähm, keine Sicherdinge hätte ich jetzt sehr gerne gehört. Weiter geht's. Sehr nice. Und hier haben wir noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch sofort mit. Und da haben wir doch schon wieder ein paar Schwarzschilde, oder? Ah, ich dachte, die Kämpfe sind vielleicht untereinander. Ja, ich dachte, die Kämpfe sind vielleicht nicht gut aus. Das waren alle. Wunderbar. Dann gehen wir mal weiter hier runter. Ah, wir schleichen uns also von hier aus rein. Das heißt schleichen, also wir gehen auf jeden Fall von hier aus rein. Alter, hat mich das Vieh jetzt erschrocken, ne? Okay, das war's schon. Sehr schön. Klingt die Spinne einfach so aus dem Gebüsch, ey. Geht ja gar nicht. Blut, Clive. Es ist noch frisch. Euch wurde befohlen, im Dorf zu bleiben. Die Schwarzschilde. Offensichtlich wisst ihr, wer wir sind. Und trotzdem, wagt ihr es, eure Waffen zu ziehen. Dann möchte ich euch danken. Ihr erspart uns nämlich eure langwierige Befragung und Folter. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Auf das die Sonne neu erstrahlt. Wie kannst du es wagen? Ja, schöne Ansprache, aber auch absolut Schwachsinn. So, da sind noch die ein oder anderen ohne Fahrschein. Falls dann, da wäre ja auch langweilig gewesen. Schwarzschilde bezwungen. Jetzt sagst du mir, was ich wissen will. Nach wem sucht ihr? Nach euch. Wir bringen eine Nachricht. Wir haben eure Freunde. Die Träger, die ihr aus unseren Lagern befreit habt. Sie sind alle in Ultil. Hüter der Flamme. Ultil ist das Dorf da vorn. Dann los. Okay, dann nichts wie hin. Die Frage ist nur, ist das eine Falle? Oder haben die wirklich Träger? Das ist eine Frage, die uns wahrscheinlich jetzt gleich auf die ein oder andere Art und Weise beantworten werden wird. Was hast du denn? Tod. Oh, wie grausam. Oh! 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 Flughafen... ... Das ist Mutters Werk. Warum? Warum sollte man... Weiß ich nicht. Ich hab sie nie verstanden. Aber das... Oh, Clive. Diesem Wahnsinn setze ich ein Ende. Ein für alle Mal. Wir sollten gehen. Ja. Okay, dann machen wir uns jetzt wirklich mal weiter nach Portisolde. Das war ja jetzt doch eine recht treftige Nummer. Wir haben sie alle abgeschlachtet und getötet. Was für Drecksschweine. Ja, dann prügeln wir uns halt unseren Weg da durch. Ist doch alles gar kein Thema. So. Sieht doch gut aus. Alles Rosaria. Wieso lässt man sie nicht ein? Das werden wir auch gleich rausfinden. Dann werden wir den Grund wahrscheinlich einfach mal beseitigen, warum man sie nicht einlässt. So einfach ist das. Ja, hier mal ein paar Weggefährten. Okay, die flüchten schon vor uns. Auch schön. Warum auch nicht? Ah, ein wunderschönes Städtchen. Tja, das werden wir auch gleich rausfinden. Gleich. Aber zuvor finden wir heraus, was für ein Item wir hier haben. Da ist das Haupttor. Da ist das Haupttor. Da ist das Haupttor. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Aber wir sind nicht die einzigen, die reinfallen. Nein, sind wir nicht. Lasst uns durch! Meine Kinder verhungern! Habt Gnade! Das sind die Hunde, diese Verräterin! Wir bleiben, bis ihr uns reinlasst! Lasst uns rein, oder wollt ihr, dass wir hier sterben? Besser draußen als drinnen! Verpisst euch! Hängt die fetten Schnösel, die Kristalle gehören uns allen! Verfluchte Hunde! Ich werde mit euch gesindeln! Ich werde mit euch gesindeln! Wollt ihr, dass ich euch abschlachte? Versuch's doch! Da werden wir nicht unbemerkt durchkommen. Es muss einen anderen Weg geben.